Nochmal schönen guten Morgen und ich begrüße alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu unserer heutigen Snack-Session mit dem Thema Next Generation Pegasus Cloud. Unsere zwei Experten werden Ihnen heute was über unsere, wie schon dort im Titel steht, Pegasus Cloud erklären, Ihnen zeigen und aufzeigen, wie leistungsfähig die Pegasus Cloud ist und Ihnen Open Nebula vorstellen und dessen Vorteile. Und Sie können während der Snack-Session gerne Ihre Fragen im Chat platzieren. Wir werden die dann entweder während der Session 1 streuen oder am Ende nochmal an die Experten stellen. Und am Ende werden Sie auch nochmal die Gelegenheit haben, mit eingeschaltetem Mikro sich an die Experten selber zu richten, wenn sich Fragen auftun. Und an dieser Stelle übergebe ich an die beiden kompetenten Kollegen bei mir aus dem Haus, den Robert Weininger und den Daniel Gruber. Und zuerst wird Ihnen der Herr Weininger ein bisschen was zur Cloud und wichtigen Grundlageninformationen erzählen. Wieder viel Spaß. Ja, vielen Dank, Nadine. Herzlich willkommen in unserer Webex. Der Morgenkaffee ist getrunken. Es kann gestärkt losgehen für unsere Snack-Session zum Thema Next Generation Cloud. Mein Name ist Robert Weininger. Ich bin der Geschäftsführer der Pegasus seit mittlerweile 32 Jahren in der Branche tätig und dadurch auch seit gut 20 Jahren mit RZ-Know-how und RZ-Projekten beschäftigt. Allerdings ist es auch so, dass die Fachbereiche immer breiter werden und ein einzelner das Fachgebiet gar nicht abdecken kann. Deswegen habe ich mir noch kompetentere Unterstützung von meinem Kollegen Daniel Gruber geholt. Der kann sich gerne bitte kurz selber vorstellen. Genau. Vielen Dank. Genau, von meiner Seite auch darf ich Sie herzlich begrüßen zum heutigen Termin. Kurz zu mir. Wie gesagt, ich bin der Daniel Gruber, bin mittlerweile auch seit knapp sechs Jahren in der IT-Branche tätig und bin hier im Hause für die Wartung und Betrieb unserer Rechenzentrumsumgebung zuständig und eben unter anderem eben auch der Pegasus Cloud. Genau, betreue ich hier auch einige Kundenprojekte in dem Zusammenhang. Deswegen gerne, wenn Fragen auftauchen, meine Daten stehen da, dürfen Sie sich auch gerne bei mir melden. Und damit wieder zurück an dich, Robert, und viel Spaß. Ja, vielen Dank, Daniel. Vielleicht kurz vorab ein paar Worte zu unserem Unternehmen. Die Pegasus GmbH ist mittlerweile in der Kooperation mit der Eviatec ein Unternehmen aus Ludwigsburg. Zusammen haben diese beiden Unternehmen 100 Angestellte. Wir haben vier Standorte, in denen wir tätig sind. Das sind wir hier bei der Pegasus in Regenstauf bei Regensburg. Die Kollegen von Eviatec sitzen noch in Ludwigsburg. Und wir haben zwei weitere Vertriebsstandorte in Bern und in Brombe in der Nähe von Kopenhagen. Aktuell betreiben wir drei Rechenzentren, in denen auch die Pegasus Cloud von uns läuft, sind mittlerweile tatsächlich in erster Linie europaweit tätig. Ein paar weltweite Projekte auch sind ganz stark im Bereich VPN-Vernetzung unterwegs. Also wir haben derzeit so gute 1.500 Standorte in der Vernetzung und der Betreuung. Dahinter liegen gute 50.000 geschützte Anwender. Und das Ganze werden von Servern gute 500 Stück mittlerweile in den Rechenzentren betrieben. Nun aber zum eigentlichen Thema der Next Generation Cloud. Wir haben hier kurz die Agenda zusammengeschrieben. Ich will die jetzt nicht einfach so runterlesen. Ich denke, die haben Sie ja vorher schon gesehen. Und es war anscheinend so interessant für Sie, dass Sie sich hier bei dieser Session angemeldet haben, wofür ich mich recht herzlich bedanken möchte. Schauen wir einfach mal in das erste Thema rein. Was ist denn diese Next Generation Pegasus Cloud? Im Cloud-Bereich haben sich ja mittlerweile drei Bereiche oder drei Formulierungen etabliert. Es gibt eine sogenannte Public Cloud. Das sind so diese großen Player, die bei Microsoft, Google und Amazon betrieben werden. Daher das Stichwort Public. Es gibt gewisse Private Cloud Umgebungen, wo sich die Unternehmen selber ihre eigenen Cloud Strukturen aufbauen, die oftmals nicht mehr in den eigenen Rechenzentren betrieben werden. Und das aktuelle und tatsächlich am meisten verbreitete Konstrukt sind sogenannte Hybrid Clouds. Also eine Mischung aus Systemen, die beim Kunden lokal betrieben werden und die dann teilweise in der Cloud betrieben werden. Die Kunst dabei ist es, das nach außen hin für den Mitarbeiter wie aus einem Guss wirken zu lassen, dass er keine großen Medienbrüche hat. Und genau das haben wir mit der Pegasus Cloud geschafft, hier eine Basis zu bieten. Vielleicht aber noch einen kleinen Ausflug vorher. Was ist denn auch gerne mal so die Wahrnehmung der Cloud? Das ist eine kleine Grafik von Kooperationspartnern vom ITQ-Institut von uns, wie eine Cloud oft wahrgenommen wird. Das hat viel mit Datenschutz zu tun, mit Hackern zu tun. Die Leute glauben, man muss sich um nichts mehr kümmern. Ist es sicher? Ist es billiger? Das sind lauter so Mythen, die sich um die Cloud ranken und die versuchen heute ein bisschen auszuräumen. Einer der wichtigsten Punkte ist aber so immer dieses Statement, ja in der Cloud werde ich da nicht beglaut. Mittlerweile ist es tatsächlich eher umgekehrt. Sie haben sicherlich die letzten ein, zwei Jahre oft genug gehört, dass es über Verschlüsselungshackerangriffe zu Einbrüchen bei Unternehmen gekommen ist. Da hat die Praxis tatsächlich gezeigt, dass die sogenannten On-Premise-Strukturen, die beim Kunden draußen stehen, tatsächlich statistisch nachvollziehbar viel angreifbarer sind, weil es vielen Kunden oft am Know-how und schlichtweg auch an der Zeit fehlt, die Security auf einen akzeptablen, hohen Stand zu halten, dass man solche Einbrüche verhindern kann. Und die ganzen Cloud-Anbieter, wie auch wir selbst, können da natürlich viel mehr Zeit und Energie reinstecken, um sich vor solchen externen Angriffen zu schützen. Aber nun zur eigentlichen Lösung, die wir Ihnen zeigen wollen, die Hybrid-Cloud-Lösung von Open Nebula. Wie es bei der EDVler üblich ist, schmeißen wir gerne mit irgendwelchen modernen englischsprachigen Wörtern um sich. Natürlich wollen wir mal ein bisschen erklären, was bedeutet das Infrastruktur-as-a-Service, egal wo der ist, so wie er sein soll, das versteckt sich hinter Open Nebula. Es ist einfach eine schnelle und unkomplizierte Art, IT-Ressourcen im Unternehmen bereitzustellen. Und Open Nebula ist nicht, wie es im Bayerischen gerne mal heißt, eine neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Die ist tatsächlich schon ein bisschen alter, nämlich mittlerweile 16 Jahre alt. Stammt aus einem wissenschaftlichen Projekt, das 2005 schon gegründet wurde, über einige Unis dann professionalisiert wurde. Im Jahr 2009 oder 2010 gab es das erste Großprojekt, wo insgesamt 16.000 virtuelle Maschinen drauflaufen. Es gibt aus dem Jahr 2015 Großprojekte, wo 300.000 Cores, also 300.000 virtuelle CPUs in einem Projekt zusammenarbeiten. Da sieht man die Stärke von dem System, das da dahinter steckt, wo man einfach eine unheimlich gute Basis hat, die aber nach oben hin hoch skalierbar ist. Und auch durch den Hersteller von einem professionellen Support unterstützt wird. Und die Kunden, die das weltweit einsetzen, das sind tatsächlich keine Unbekannten. Da sind so große Konzerne dabei wie T-Systems aus Deutschland, die sie selber kennen. Da sind zum Beispiel so Gaming-Konzerne dabei wie Nintendo, die ihre Online-Plattformen auf Open Nebula betreiben. In Deutschland kennt man zum Beispiel auch das sogenannte CW-Fotobuch, wo Sie sicherlich oder wo viele von Ihnen schon mal Online-Fotoalben erstellt haben. Das, wenn Sie machen, arbeiten Sie hier auch auf einer Open Nebula-Plattform. Da sieht man, dass wir hier wirklich auf ein gutes Pferd gesetzt haben, weil die Verbreitungsbasis einfach groß genug ist. Und welche Herausforderung löst nun dieses System Open Nebula? Es ist ein sogenanntes Self-Service-Portal möglich. Das heißt, Sie haben eine Web-Oberfläche, die wird uns nach der Kollege auch zeigen, wo Sie selber virtuelle Maschinen anlegen können. Das können Sie ein bisschen vergleichen wie mit VMware, das Sie heute schon haben. Allerdings geht es hier noch um viele, viele Schritte weiter, denn diese Systeme kann man einfach automatisieren und ein besseres Management dahinter legen. Das heißt, was die Automatisierung betrifft, ich kann mit einem Skript zum Beispiel innerhalb 10 Minuten 20 Server anlegen, die ich will. Ich kann mir Produktionsmaschinen klonen, in eine Laborumgebung bringen, wenn ich neue Softwareverständnisse verproben will. Und das geht tatsächlich über das Skript Engine wesentlich einfacher wie über herkömmliche VMware oder Hyper-V-Umgebungen. Die Automatisierung selber kann auch mit einer API ergänzt werden. Das heißt, Sie können das Ganze auch von außen ansteuern. Sie legen sich ein Skript auf Ihrem PC mit der sogenannten Terraform-Plattform, die links unten aufgeführt ist, schreiben dort rein letztendlich, was Sie für virtuelle Maschinen brauchen und über die API kann das dann von außen angesteuert werden. Das macht man tatsächlich gerne in Systemen, wo man Labor- und Test-PCs braucht, dass die Mitarbeiter sich selber ihre virtuellen Maschinen schaffen können. Das Ganze macht natürlich nur dann Sinn, wenn es ergänzt ist durch ein anständiges Service-Konzept. Und genau an der Stelle unterscheiden wir uns von der Pegasus als Cloud-Dienstleister von vielen anderen, wo Sie einfach virtuelle Maschinen im Internet oder Cloud-Services buchen können, weil wir bieten Ihnen eine gewisse Individualität auf der Plattform und wir bieten Ihnen auch einen Managed Service an. Das heißt, wenn Sie virtuelle Server bei uns in der Cloud betreiben, dann können wir gerne für Sie das Management dieser Server installieren. Im wahrsten Fall sind es so Aufgaben wie regelmäßiges Einspielen von Windows-Updates. Das kann aber auf Ihren Wunsch hin noch viel, viel weitergehen mit einer automatisierten Backup-Controlle und so weiter. Und unsere zertifizierten Experten, die setzen das dann um. Einen davon haben wir uns ja heute mit dazu geholt. Das werden Sie dann auch noch erleben, wie gut, dass der in dem Bereich drauf ist. Und was natürlich noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, da kommen wir dann später in der Agenda drauf, ist auch die Anbindung, weil es nützt mir nichts, wenn ich meine Server in der Cloud habe, wenn die Datenleitung in die Cloud nicht sichergestellt ist, auch in Verbindung mit MPLS oder EC-Leitungen. Ja, und jetzt machen wir das Ganze mal wirklich mit der Live-Demo. Die Einleitung habe ich Ihnen gegeben. Das professionelle Wissen davon werden Sie von meinem Kollegen von Daniel erfahren. Von daher übergebe ich jetzt den Ball an den Kollegen. Bitte übernehmen mal. Perfekt. Vielen Dank. Genau, ich habe mir jetzt hier auch schon mal die Folien geklaut. Genau, und dann zeige ich Ihnen das doch am besten gleich mal an dem Beispiel vom Erstellen einer virtuellen Maschine. Weil wir haben jetzt zwar schon mal ein bisschen theoretisch darüber gehört, was die Open Nebula an sich ist, aber jetzt wirklich was darunter vorstellen können Sie sich wahrscheinlich noch nicht. Deswegen, wie funktioniert zum Beispiel jetzt das Erstellen von VMs? Funktioniert nämlich generell besser anders. Früher oder bisher bei Ihnen war es ja immer so, Sie haben ein Installationsmedium bereitgestellt, die VM an sich erstellt, das Betriebssystem installiert, Treiber installiert und irgendwann die VM individuell eingerichtet und am Schluss hatten Sie dann eine fertige VM. In der Open Nebula, wie gesagt, funktioniert es ein bisschen anders. Hier arbeiten wir mit sogenannten Templates, was uns in dem Sinne das Leben deutlich vereinfacht, weil wir einfach nur dieses Template instanzieren müssen und schon haben wir einen fertigen, voll funktionsfähigen, wenn das Server Ubuntu 22.04 und 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 vieles mehr. Und Sie müssen dann oder können direkt mit der virtuellen Maschine mit der Einrichtung beginnen und am Ende haben Sie ebenfalls eine fertige Form. Wie schön schnell das funktioniert, können wir jetzt Ihnen gleich in einer kurzen Live-Demo zeigen. Dafür switche ich jetzt mal in meinen Chrome-Browser. Und genau, das hier ist jetzt schon mal grundsätzlich unsere GUI. Hier können Sie sich ganz einfach von überall aus der Welt unter cloud.pegasus-gmbh.de anmelden. Und wie Sie sehen, habe ich aktuell hier zwei Server am Laufen, einen Backup-Server und eine Demo Windows Server 2019. Aber in dem Fall reichen mir die Ressourcen nicht und ich bräuchte einen weiteren, beispielhaft Windows Server 2019. Ich kann hier einfach auf das Plus-Symbol klicken, kann mir einen Namen auswählen. Ich nehme hier, wenn mir der Browser eh schon sagt, wie ich es nennen will, kann ich das gleich auswählen. Ich kann hier mir sagen, was ich gerne hätte. In dem Fall einfach mal beispielhaft Windows Server 2019, weil das doch am weitesten verbreitet ist. Dann 12 GB RAM, könnte noch sagen 6 Kerne, je nachdem. Man könnte die Festplattengröße noch anpassen. Ein Netzwerk hinzufügen. Und das war jetzt eigentlich schon grundsätzlich die meiste Konfiguration. Der Rest wird automatisch erledigt und ich kann auf Create klicken. Und in dem Fall haucht direkt ein neuer Server auf. Das dauert jetzt einen ganz kleinen Moment, bis der wirklich schön läuft. Wie Sie sehen, ist er jetzt gerade beim Deploying State 4 von 4. Und schon läuft die VM. Wir haben jetzt hier einen über den integrierten VNC-Player. Können wir dann direkt auch auf den Server drauf zugreifen, sehen, was der gerade macht. Klar, der erste Boot-Prozess, der dauert jetzt immer etwas. Er fährt jetzt hier eben ein fertiges, eingerichtetes Windows Server 2019 Image hoch. Genau, und während er das macht, kann ich Ihnen einfach noch ein bisschen die GUI zeigen. Weil Sie können hier ganz klassisch, wie Sie es vielleicht von der VMware, Hyper-V, ETC gewohnt sind, den Server herunterfahren, neu starten, beziehungsweise auch hier ganz klassisch die Ressourcen erweitern. Also die Kerne erhöhen, Arbeitsspeicher erhöhen, wobei das natürlich nur im ausgeschalteten Zustand funktioniert. Bei den Festplatten das Gleiche. Sie können hier auch die ganze Festplatte wieder vergrößern, weitere anhängen und, und, und. Ich glaube, genau beim Netzwerk ebenfalls und Snapshots funktionieren natürlich auch. Genau, dann schauen wir wieder langsam in die Konsole. Wir sind mittlerweile jetzt beim Boot-Screen angelangt. Ein paar Schritte müssen daher doch immer am Anfang gemacht werden. Ganz ohne geht es leider doch nicht. Aber das ist eigentlich nur die Sprache auswählen, die Lizenzbedingungen akzeptieren und ein Passwort vergeben. Dann machen wir das doch einfach mal. Und prinzipiell sind wir jetzt schon fertig. Der Server ist in dem Moment jetzt vollständig einsatzbereit und ich kann mich fertig anmelden. So, wenn er mein Passwort will. Und der Server läuft. Klar, die erste Anmeldung in dem Fall dauert jetzt etwas, ein, zwei Minuten. Wir können das jetzt in dem Fall gerne noch kurz abwarten, einfach, dass Sie das auch mal gesehen haben. Wir haben hier jetzt auch zum Beispiel den Vorteil, dass das Netzwerk im Hintergrund schon so weit fertig konfiguriert ist, dass der Server direkt eine IP-Adresse bekommt und direkt eigentlich mit dem Internet kommunizieren kann. Sowas wie Host-Namen, RDP aktivieren, würde sich theoretisch auch alles automatisieren lassen. Wobei das jetzt in dem Beispiel nicht vorhanden wäre. Das Ganze funktioniert, wie gesagt, auch nicht nur mit Windows, sondern eben auch mit Ubuntu, wo es sogar noch schneller gehen wird. Wir haben auch Barracuda-Firewall-Templates, Windows 10 theoretisch einfach zum Probieren, wobei das jetzt natürlich nicht in der Cloud für Server wirklich praktisch wäre. Genau, und, und, und. Wir haben, wie gesagt, auch wenn irgendwas mal ausfallen sollte, ist natürlich unsere Cloud sehr redundant abgesichert. Da gibt es eigentlich selten Downtimes, oder eigentlich gar keine Downtimes. Und, genau, jetzt können wir noch vielleicht einen kleinen Schluck trinken, bis der sich endlich mal fertig angemeldet hat. Genau, und das Schöne eben an unserer Cloud ist, wie Sie fällt, eben wie Robert schon vorhin mal erwähnt hat, der ganze Verwaltungsaufwand darunter weg. Sie können einfach die Server bei uns hochfahren, müssen sich nur noch um Ihr Windows kümmern, beziehungsweise, wenn Sie wollen, können wir das natürlich auch für Sie übernehmen in gewissem Rahmen. Und den Rest, wie die Hypervisor-Betreuung drunter, Updates einspielen, schauen, dass das Netzwerk passt. Um das kümmern wir uns alles. So, und, jetzt sind wir langsam auch am Ziel angelangt. Wie gesagt, die Servers sind normalerweise deutlich schneller. Da ist auch wirklich relativ neue Hardware drunter, die wirklich performen kann. Nur in dem Fall ist das jetzt natürlich die Ersteinrichtung. Und wie wir alle wissen, ist Windows auch dann nicht das schnellste Betriebssystem für sowas. So, genau, und wir sind fertig. Ich glaube, die letzten paar Schritte müssen jetzt in dem Fall nicht unbedingt abwarten. Der Servermanager startet, macht die letzten kleinen Abschlüsse und der Server wäre einsatzbereit. Perfekt. Dann wäre es schon mal von der Hinsicht. Aber, so, jetzt wäre es natürlich blöd, oder was wäre, was jetzt, wenn jetzt der VM doch irgendwas passiert. Wenn Sie irgendwelche Dateien auszusehen löschen, etc., da muss jetzt trotzdem noch ein vernünftiges Backup-Konzept dahinterstehen. Und das können wir natürlich auch mit unserer Cloud ziemlich simpel anbieten. In dem Fall machen wir unsere Sicherungen mit dem Tool SAP Sesam. Wir bewahren standardmäßig das Backup an einem unserer Backup-Storages für 28 Tage auf. Aber da natürlich so ein Backup ein sehr, sehr essentieller Bestandteil Ihrer Infrastruktur ist, machen das natürlich auch ein bisschen individuell und passen das an Ihre Bedürfnisse und Anforderungen an und kennen das eben mit Wiederherstellungstests, einem Immutable Storage, also einem Data-Store, wo die Backups nicht einfach wieder löschbar sind, sondern erst nach einer gewissen Zeitspanne beziehungsweise einem RDX-Backup oder auch einfach mit längeren Aufbewahrungszeiten erweitern. Zweiter Standort, ETC, würde natürlich auch funktionieren. Da sind wir sehr flexibel und würden das an Sie anpassen. Genau, und das will ich Ihnen jetzt einfach auch mal ganz kurz zeigen, weil, wie Sie gesehen haben, habe ich ja hier noch zwei weitere VMs. Einmal diesen sogenannten Sesam Backup-Server und einmal eine Demo Windows Server 2019, wo ich jetzt natürlich mal blöderweise den Ordner wichtig lösche. Das kann ja jederzeit mal passieren. Genau, löscht das natürlich dann auch aus dem Papierkorb. Die Dateien sind gar nicht mehr da und wir müssen die wiederherstellen. Dafür gibt es dann auch eine wirklich schöne GUI. Wir haben hier Dateien und Verzeichnisse, weil wir sichern in dem Fall nur Dateien und Verzeichnisse, wie der Name so sagt, keine Datenbanken, was ich natürlich aber auch abbilden lassen würde. Genau, wir wählen in dem Fall meine Demo Windows Server 2019 aus. Das ist die IP-Adresse davon. Dieser Backup-Job ist dahinter. Wir sichern aktuell alle Daten davon. Ich kann hier mein letztes inkrementelles Backup von heute um 9 Uhr nehmen. Ich will einfach nur eine bestimmte Datei, nicht den kompletten Server wiederherstellen. Klick auf Weiter, kriege einen schönen Datenbaum aufgelistet, kann mich durch das Menü durchklicken, meine Dateien heraussuchen und genau auf meinem Desktop lag. Wie gesagt, diese Wichtig-Datei, die wähle ich einmal aus. Ich klicke auf Weiter, sage, ich würde die gerne jetzt einfach in einem anderen Ordner wiederherstellen. Unter C-Users. So, und. Genau, nennen wir den Ordner Stack Session und nennen das als Zielverzeichnis. Genau, existierende Dateien, da gibt es keine, also braucht ihr die auch nicht überschreiben. Die ursprüngliche Baumstruktur hätten wir jetzt nicht, weil ich einfach nur gerne die Dateien wiederhätte. Klicke auf Weiter, kriege eine schöne Zusammenfassung und kann schon mit der Rücksicherung beginnen. Das Ganze dauert natürlich jetzt einen ganz kleinen Moment, wobei das doch ein paar kleine Dateien sind und das deswegen relativ zügig gehen sollte. Genau, completed with warnings. Ihr sagt wahrscheinlich, weil ich irgendwo im Hintergrund doch noch irgendwo Überreste der Dateien hatte. Aber genau, die Dateien sind wiederhergestellt. Wenn ich die öffne, da ist ein sehr wichtiger Text natürlich drin. Beziehungsweise hier sind noch auch paar Lorem Ipsums. Die sind alle lesbar. Soweit hat das also ohne Probleme funktioniert. Auch wie gesagt in dem Snack Session Ordner. Und genau, so einfach können wir Ihnen hier wieder Dateien wiederherstellen. Und in dem Zug, wie Sie jetzt natürlich auch das Ganze an unser Rechenzentrum einfach anbinden können, wird Ihnen jetzt der Robert nochmal Ihnen die Anbindungsmöglichkeiten vorstellen. Und ich darf wieder zurück übergeben. Ja, vielen Dank, Daniel, für die Vorführung. Also ich weiß nicht, früher waren wir ja solche Live-Demos lieber. Da war die EDV-Branche so furchtbar kompliziert, dass alles ewig lange gedauert hat. In der Live-Demo hat sich dann der zweite Referent eine Dreiviertelstunde zurücklehnen können. Mein lieber Kollege ist mir gerade mit dem Open Nebula-System komplett in den Rücken gefallen, weil er die wichtigsten Sachen jetzt auf, keine Ahnung, eine Viertelstunde erklärt hat, nicht einmal. Aber auf der anderen Seite sieht man auch, wie anwenderfreundlich und bedienerfreundlich und einfach diese modernen Systeme tatsächlich mittlerweile sind. Von daher kann ich es gut akzeptieren, dass meine Kaffeepause jetzt ein bisschen kürzer war. Aber gehen wir mal zum nächsten Punkt in der Agenda. Ich hatte es ja gerade schon angedeutet, wir haben jetzt einen Server, den uns Daniel im Rechenzentrum eingerichtet hat, aber wir müssen ja mit dem Server auch sprechen können. Das ist eine Cloud-Anwendung. Sie sitzen eventuell zu Hause im Homeoffice oder Sie sitzen im Internet, aber Ihr Server steht ein paar Kilometer, vielleicht auch ein paar hundert Kilometer weit weg. Was haben wir denn für Möglichkeiten, überhaupt einen Datenverkehr ins Rechenzentrum aufzubauen? Klassischerweise gibt es da im Prinzip drei, vier verschiedene Konstrukte, die man nutzen kann. Die einfachste Variante ist, Sie haben einen einfachen DSL-V-DSL-Anschluss oder im Notfall eventuell auch einen LTE-Anschluss, wo Sie mit dem Notebook drauf arbeiten. Das Zeug ist extrem günstig, ist flächendeckend verfügbar. Von daher haben wir ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, gibt aber automatisch auch einige negative Punkte dabei. Da ist durchaus ein interessantes Angriffspotenzial dabei. Sie haben überhaupt keine garantierten Laufzeiten, Sie brauchen eine Firewall, Sie haben keine statischen IP-Adressen und, und, und. Das sind viele Themen, die oft in der Praxis, neben der geringen Bandbreite, einem das Leben durchaus schwer machen können. Die zweite Variante, die heute oft genutzt wird, sind einfache Internetleitungen. Im Telekom-Jargon heißt sowas mittlerweile Dezip-Leitung. Das heißt, Sie haben eine synchrone Datenleitung mit vielleicht 100 oder 400 Megabit. Da hat man dann schon ein bisschen mehr Bandbreite. Sie haben noch ein akzeptables Preis-Leistungs-Verhältnis, haben einen synchronen Download. Aber sie befinden sich im Internet. Das heißt, Sie müssen eine Schutzschicht, eine Firewall und einen VPN-Tunnel nutzen, um ins Rechenzentrum zu kommen. Die Latenzen sind meistens ein bisschen besser wie bei DSL, allerdings nicht für Echtzeitkommunikation auf Applikationsebene geeignet. Wenn ich mit Remote Desktop arbeite, wird das sehr wohl gehen. Aber wenn ich Applikationen aus dem Rechenzentrum aufrufen will, die bei mir am PC noch als sogenannte FAT-Client-Applikation laufen, werden Sie mit den ersten beiden Lösungen Probleme haben. Die Alternativen sind dann Standleitungen. Da gibt es zwei verschiedene Varianten, die man in der Praxis nutzt. Das eine sind sogenannte Layer-2-Standleitungen. Bei der Telekom nennt sich sowas Etherconnect, sogenannte EC-Leitungen. Letztendlich können Sie sich das vorstellen wie ein extrem langes Patch-Kabel. Das heißt, Sie haben einen direkten Anschluss ins Rechenzentrum, haben eine unheimlich geringe Latenz. Sie kriegen diese Leitungen auch mit der Bandbreite vor einem Gigabit. Und dann können Sie plötzlich so arbeiten, als würde Ihre Server-Infrastruktur nach wie vor bei Ihnen am Standort stehen. Hat auch ein paar kleine Nachteile. Das ist ein geschlossenes Netz. Das heißt, Sie haben noch lange keine Internetverbindung. Indirekt übers Rechenzentrum dann natürlich doch wieder. Sie müssen sich selber ums Routing kümmern. Das heißt, es ist eine Layer-2-Verbindung. Eigentlich nur ein Patch-Kabel zwischen zwei Switchen. Also von daher, wenn Sie Routing-Applikationen drauf fahren, müssen Sie die entsprechende Struktur noch bereitstellen, wie Firewall oder Router. Und eine EC-Leitung ist nicht gerade billig. Also vielleicht als kleine Richtschnur. Eine Leitung mit 1 Gigabit Bandbreite zwischen zwei Standorten oder zwischen Ihrem Kundenstandort und einem Rechenzentrum, werden Sie bei 1 Gigabit Bandbreite in etwa 1200-1300 Euro monatlich rechnen müssen. Das sind durchaus Kosten, die am Schluss in Ihrer Kalkulation auch mit auftauchen müssen. Und deswegen macht es oftmals Sinn, in anderen Strukturen vielleicht doch auf Internetleitungen zu basieren. Das Letzte, was es noch gibt in dem Bereich, sind sogenannte MPLS-Leitungen. Sie sind ein Stück weit schon vergleichbar mit EC-Leitungen. Das heißt, Sie haben ein sehr stabiles Leitungsnetz. Sie haben hohe Bandbreiten, tatsächlich in der Praxis bis zu 10 Gigabit anschaffbar. Bei der Telekom oder auch bei den anderen Providern. Allerdings ist das dann eine sogenannte Layer-3-Leitung, eine geroutete Leitung. Das ist einfach eine andere Technik. Da kann auch der Leitungsbetreiber meist Quality of Service anbieten, Bandbreitenoptimierung anbieten und kann auch ein sogenanntes Leitungs-Backup machen. Allerdings ist das ganze Konstrukt dann nochmal hochpreisiger, aber ein geschlossenes Netz. Und all diese Varianten, die können wir auch in unserem Rechenzentrum anbieten, je nach Kundenanforderung und Preis-Leistungs-Verhältnis macht halt mal das eine oder das andere Sinn. Wir haben dann auch mal versucht, das ein bisschen gegeneinander zu stellen, dass man ein bisschen einen Überblick hat. Allerdings unterstützen wir Sie natürlich gerne in der Praxis bei der Auswahl. Es ist auch so, dass wir solche Leitungen oft kombiniert einsetzen. Zum Beispiel eine Standleitung beim Kunden, die könnte aber auch ausfallen und dann kombiniert man das mit einer Internetleitung. Das schaut dann so aus wie auf der Skizze. Das heißt, auf der linken Seite haben Sie Ihren Kundenstandort, auf der rechten Seite haben Sie das Pegasus-Rechenzentrum und wir fahren parallel zwei Leitungen. Zum Beispiel eine Internetleitung. Über die wird standardmäßig auch eine gewisse Art von Traffic geführt, der nicht so latenzrelevant ist wie E-Mail, wie Facebook, Internetzugänge und so weiter. Parallel drunter läuft dann die EC-Leitung oder MPLS-Leitung und über die werden dann systemkritische Applikationen wie Oracle-Datenbanken, zum Beispiel Salesforce, SAP oder Remote Desktop gesteuert, um hier einfach die bessere Latenz zu nutzen. Und die beiden Firewalls, die dann links und rechts stehen und diese beiden Leitungen handeln, die überwachen das und sollte eine der Leitungen ausfallen, zum Beispiel die obere DSL-Leitung, dann wird automatisch der Traffic, der oben war, in die untere Leitung reingelegt und der Anwender kann weiterarbeiten. Das kann natürlich genauso passieren in die andere Leitung, in die andere Richtung, dass die EC-Leitung ausfällt. In diesem Fall würden wir den geschäftskritischen Traffic, also Salesforce, RDP, SAP, in die obere Leitung vollautomatisch reinlegen. Erfahrungsgemäß sind dann diese Leitungen aber auch etwas von der Bandbreite reduziert und in so einem Fall können wir dann auch an anderen Traffic wie das Surfen zum Beispiel künstlich runterbremsen, sodass wir für geschäftskritische Applikationen nach wie vor genügend Bandbreite zu tun haben. Auf diese Art und Weise, die Kombination von mehreren Leitungen, auf IT-Neudeutsch nennt sich dann sowas SD-WAN, Software-Divant-WAN, können wir die Anbindung für Ihr Unternehmen immer garantieren und sicherstellen. Ja, von der technischen Seite kommen wir jetzt weg in andere organisatorische Aspekte oder rechtliche Aspekte rein. Wir haben jetzt schon viel über die Vorteile von so einer Pegasus Cloud gehört. Da gehört eine sehr flexible Anwendung dazu, auch ein hoher Automatisierungsgrad, wie der Kollege gerade zeigen konnte. Wir haben Anbindungen an die ganzen großen Carrier wie eine Telekom und viele andere, wo wir die Bandbreiten reinnehmen können. Wir haben selber mittlerweile ein Peering und ein IP Transit mit bis zu 100 Gigabit in der Sekunde. Also da können viele Kunden drüber laufen. Das Ganze wird von uns DSGVO-konform betrieben und ist entsprechend redundant aufgebaut. Also selbst wenn bei uns mal ein oder zwei oder mehrere Server ausfallen, wird es das System nicht beeinträchtigen, weil es dann einfach auf anderen Systemen weiterläuft. Und diese ganzen Dinge müssen aber auch mal in Betrieb genommen werden. Und da unterstützen wir Sie gerne bei der Ablaufplanung in der Inbetriebnahmephase. Weil irgendwann werden Sie sich entscheiden und diese Entscheidungsfristen rücken immer näher, weil On-Premise-Strukturen mittlerweile doch sehr teuer und auch gelegentlich aufwendig zu betreiben sind. Viele organisatorische Gründe sprechen dafür, dass man in die Cloud geht. Wenn Sie es wünschen, dann kümmern wir uns um die ganze Migrationsphase. Das heißt, wir kommen erst mal vorbei und sprechen mit Ihnen den Bedarf ab. An der Stelle hören wir aber mehr zu, als wir selber sprechen, weil es dabei wichtig ist, einfach den Kunden zuzuhören, den Kunden zu verstehen, wie er arbeitet, damit man für den Kunden die ideale Lösung entwickeln kann. Und in dieser Analysephase, die nach diesem Vorgespräch stattfindet, werden wir ein technisches Konzept erstellen für Sie, das am Schluss auch letztendlich kalkuliert wird und Ihnen dann ein entsprechendes Angebot zur Verfügung geht, das wirklich für Sie individuell erstellt wird. Und in einer weiteren Präsentation wird es dann bei Ihnen vor Ort besprochen und auch die ganze Migrationsphase erläutert, was denn da alles so zu tun ist. Weil es ist nicht nur so einfach, wie das, was uns der Kollege gezeigt hat. Das Hochfahren der Maschinen ist tatsächlich sehr einfach, aber leider ist es halt nur die halbe Mitte. Weil in diesem Bereich müssen wir sich noch um viele andere Dinge Gedanken machen. Es geht um den Support, wer kümmert sich. Es geht ums Backup. Der Kollege hat uns gerade gezeigt, wie schnell man es bedienen kann. Aber es muss vorher bedient werden. Es gibt so Konstrukte wie eine ITQ-Basisprüfung, wo wir im Vorfall je nach Anforderung des Kunden erst einmal eine Strukturanalyse machen und eine Gefahrenbewertung machen. Was bedeutet das auch aus Datensicherheitssicht, wenn wir in die Cloud gehen? Was muss man beachtet werden? Es müssen Ihre Mitarbeiter geschult werden. Wir brauchen Security-Konzepte. Und das Ganze sollte dann doch einigermaßen herstellerneutral ablaufen. Weil wenn Sie heute so die großen Hersteller wie Lenovo oder Dell fragen, da wird natürlich jeder seine eigenen Lösungen bevorzugen. Und wir versuchen hier eine neutrale Basis zu schaffen. Und am Schluss geht es halt dann in die Planung und in die Beratung rein. Und die frisst tatsächlich mehr Zeit, als man vielleicht am Anfang glauben mag. In der Praxis stellt sich aber heraus, dass einer der größten Punkte, der von den Kunden gerne ja ignoriert oder vernachlässigt wird, tatsächlich das Thema Datenschutz und Datensicherheit ist. Und da muss ich jetzt ein bisschen den Pfad der IT verlassen und muss in rechtliche Aspekte reingehen, die gerne mal ein bisschen trockener sind. Was läuft denn ab, wenn man sich aus Datenschutzsicht solche Konstrukte anschaut? Der Weg ist ganz klar, es gehen immer mehr Daten in die Cloud. Deutschland selber ist hier tatsächlich ein bisschen langsamer unterwegs. Es gibt verschiedene Statistiken, je nachdem, wer sie erstellt hat. Wir haben in Deutschland zwar mittlerweile 80 bis 90 Prozent aller Firmen in der Cloud. In den meisten Fällen heißt es aber in der Praxis, dass die nur geringe Datenmengen oder Teilprojekte in die Cloud verlagert haben. Das heißt, wenn ich mal vergleiche, wie viele Systeme oder wie viele Kunden sind denn wirklich vollumfänglich mit ihrer gesamten Struktur in der Cloud, da werden sie in Deutschland auf einen Wert von weit unter 20 Prozent kommen. Wenn Sie in andere skandinavische Länder reinschauen, und das hat jetzt die Kooperation mit unserem Partner Eviotech gezeigt, die ja viel in Kopenhagen unterwegs sind, da haben wir fast zwei bis dreimal so hohe Cloud-Digitalisierungsquote, die sind da wesentlich weiter. In Amerika drüben ist dann sogar nochmal ein Sacken mehr. Da sitzt einfach Microsoft vor Ort, die haben ganz andere Vertriebsstrukturen und da haben wir wesentlich höhere Quoten. Aber letztendlich geht es in die Richtung europäischer Datenschutz, der ist ein bisschen strenger wie viele andere Regelungen. Deswegen muss man sich das mal anschauen. Will man wirklich mit allem in die Cloud gehen? Will ich vielleicht aus einer gewissen Datenhoheit, die mir persönlich als Unternehmer wichtig ist oder aufgrund von Datenschutzbestimmungen oder auch gelegentlich mal Latenzprobleme, weil es bei mir am Standort, weil ich vielleicht ganz tief im Bayerischen Wald bin, gar nicht so einfach ist, anständige Leitungen hinzukriegen, muss ich das abwägen, bleibe ich doch zu Hause mit meinen Daten. Und bei dem Thema haben wir es halt immer mit personenbezogenen Daten zu tun. Das heißt, Sie verarbeiten in der Cloud vielleicht Ihre Lohnbuchhaltung. Sie haben einen Steuerberater, der mittlerweile in der Cloud ist, im Datenfrechenzentrum. Sie haben Auftragsdaten vor Ihrem ERP-System und all diese personenbezogenen Daten werden dann plötzlich in der Cloud verarbeitet und erfordern ein ganz anderes Rechtsbewusstsein bei uns als Unternehmer, aber auch bei den Mitarbeitern. Und da sind einfach Risiken zu bewerten in der Cloud. Wer kümmert sich denn um die Daten? Wer kümmert sich um die Sicherheit rein aus der Praxis? Welche technischen Schutzmaßnahmen brauche ich? Vor allen Dingen, was wird wirklich protokolliert? Der Datenschutz fordert in gewissen Rahmen eine Protokollierung, um Dinge nachvollziehbar zu machen. Auf der anderen Seite verbietet uns aber der Datenschutz eine zu lange Aufbewahrungsfrist von personenbezogenen Daten. Da muss es gewisse Löschkonzepte und so weiter geben, dass die Daten nicht zu lange aufgehoben werden. Erfahrungsgemäß sind die ganzen Cloud-Anbieter, wie auch wir selber, da relativ gut aufgestellt, weil wir solche Dinge automatisieren müssen. Wenn die Daten in die Cloud kommen, was müssen sie rechtlich alles beachten? Das ist jetzt hier nur ein Auszug, was sie machen müssen. Es gibt sogenannte Binding Corporate Rules, die man auch beachten muss. Es gibt einen AVV, also einen Auftragsverarbeitungsvertrag, den ich gemäß Artikel 28 brauche, wenn ich in Deutschland und in der EU unterwegs bin. Jetzt arbeiten wir ja mittlerweile oftmals länderübergreifend. Wenn sie mit Schweiz, Israel, Kanada und Japan zu tun haben, ist es noch relativ einfach. Da reicht auch, wie beim europäischen Datenschutzrechten, AVV, weil die als sogenannte sichere Drittstaaten gelten. Wenn sie dann aus diesem Bereich rausgehen, USA, China und so weiter, dann sind das sogenannte EU-Standard-Model-Contracts in der neuen Version. Bereiche mit abdecken. Und da sieht man, was da alles zu organisieren und zu beachten ist. Das Wichtigste dabei ist, reden Sie frühzeitig in der Planungsphase mit Ihrem Datenschützer und binden Sie den mit ein. Weil der kann Ihnen sagen, wie das Ganze idealerweise zu handhaben ist, aus rechtlicher Seite, wie man die ganzen Zugriffe der Storage-Systeme handhabt, wie man mit Datensparsamkeit umgeht. Auch darüber müssen Sie sich plötzlich Gedanken machen, dass nicht zu viel gespeichert wird, wenn Sie in der Cloud sind. Sie müssen sich mit dem RZ-Anbieter auseinandersetzen. Was bietet der Ihnen denn auch für technische und physikalische, allerdings auch organisatorische Parameter? Also sprich, stellt er Ihnen die ganzen Dokumente bereit? Und der unterste Punkt, ganz, ganz wichtig, was passiert bei einer sogenannten Nichtverfügbarkeit? Das hört sich jetzt ziemlich lapidar an, das Wort. Aber was steckt denn dahinter? Im schlimmsten Fall tatsächlich eine Insolvenz. Das RZ-Betreiber sind dann meine Daten weg. Komme ich überhaupt noch dran, wenn bei dem alles abgeschaltet ist? Also stellen Sie bitte sicher, dass Sie auch Datensicherungen haben, die außerhalb der Infrastruktur des RZ-Anwenders liegen, weil Sie dann im Notfall darauf zugreifen können. Ja, Besteuerungsrichtlinien spielen eine Rolle. Wenn Sie im Ausland sind, haben Sie plötzlich mit dem Rechenzentrum eine Rechnung vielleicht aus Frankreich oder aus Amerika. Auch das gilt zu bedienen, zu beachten. Geheimdienste spielen eine Rolle. Cloud Act, Patriot Act, solche Schlagwörter, wie Sie vielleicht sicher schon mal gehört haben. Aber was verbirgt sich dahinter? Und unterm Strich läuft es halt darauf raus, dass gemäß europäischem Datenschutzrecht mittlerweile auch richtiges Bußgeld, ein schmerzendes Bußgeld vor allen Dingen völlig ist. Die EU-Datenschutzgrundverordnung ist mittlerweile drei, vier Jahre aktuell umgesetzt und in Betrieb. Und es hat tatsächlich in Deutschland schon einige Vorfälle gegeben, wo Bußgelder in mehrstelliger Millionenhöhe geahndert wurden. Und dem müssen Sie sich auch auseinandersetzen, wenn Sie in der Cloud sind. Wir haben hier die Firma MKM, mit der wir sehr eng zusammenarbeiten. Das sind unsere eigenen Datenschützer. Wenn Sie hier Unterstützung brauchen, sprechen Sie mit Ihrem eigenen Datenschützer oder sprechen Sie mit der Firma MKM. Wir stellen Ihnen da gerne den Kontakt her. Weiter will ich auf das Thema nicht eingehen, weil die fachliche Kompetenz in dem Raum, die haben tatsächlich die Datenschutzbeauftragten und die Fachanwälte, nehmen Sie auf jeden Fall einen mit dazu. So, und das wäre es dann eigentlich schon gewesen von meiner Seite. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wir haben die meisten Themen gut darstellen können. Aufgrund der Kürze der Zeit von der Live-Demo tatsächlich weit, weit vor dem Zeitplan. Sie haben jetzt noch die Möglichkeit, uns Fragen zu stellen. Würde mich freuen. Ich habe mir jetzt gerade selber, wie die Live-Demo war, schon ein paar Notizen gemacht. Zwei Punkte sind mir noch aufgefallen, die noch zu erwähnen sind. Das eine ist, beschäftigen Sie sich mit dem Thema Firewall in der Cloud. Also es reicht nicht nur, das zu tun, was wir beim Kollegen gesehen haben, einfach an den Server hochzufahren, sondern jeder Server oder die Cloud-Infrastruktur muss hinter eine virtuelle Firewall. Das entsprechende Template können wir über OpenNebula gerne bereitstellen, sodass Sie die Firewall dann nur noch hochfahren und konfigurieren müssen oder wir das als Dienstleister für Sie tun. Aber das ist ein wichtiger Punkt. Letztendlich ist die Cloud auch nur ein zusätzlicher Standort für Ihr Unternehmen und da müssen wir die gleiche Sicherheit herstellen. Der zweite Punkt ist, in Deutschland gibt es doch immer noch Ressentiments gegen die Cloud aus verschiedenen Gründen. Da spielt der Datenschutz eine Rolle. Da spielt die gefühlte Datenhoheit eine Rolle. Man neigt doch dazu, das, was man bei sich im Haus hat und irgendwie anklangern kann, weil da ein Blech ist, ein bisschen bewusster wahrzunehmen. Aber oft sprechen auch rechtliche Gründe durchaus in Ausnahmefällen dazu, die Daten im eigenen Haus zu halten. Sie können das Ganze auch mit OpenNebula machen und On-Premise installieren. Die meisten Kunden von uns, die arbeiten nach wie vor mit VMware und mit Hyper-V als etablierte Virtualisierungssysteme, die sehr gut und technisch wirklich exzellent sind, allerdings von der preislichen Seite her nicht unbedingt immer ideal sind. Und wir hätten auch die Möglichkeit, was wir tatsächlich bei Kunden schon gemacht haben, auch OpenNebula als reine Virtualisierungsplattform bei Ihnen im Haus, im eigenen Rechenzentrum zu betreiben, sodass Sie die komplette Hoheit bei sich im Haus haben, aber trotzdem die Vorteile dieser modernen Virtualisierungstechnik nutzen können. Die zwei Punkte hatte ich mir noch aufgeschrieben. Jetzt würde ich mich noch freuen, wenn es noch andere Fragen gibt. Ja, entweder haben wir alle bewusstlos gequatscht oder wir konnten tatsächlich die meisten Fragen beantworten. Ich hätte sonst, da jetzt da so wunderbar Feedback bitte steht, von meiner Seite aus. Also vielen Dank, da seid ihr jetzt wirklich gut durchgekommen. Ich habe in den Chat einen Umfragebogen gestellt, einen Link zu einem Umfragebogen. Vielleicht magst du eine Folie weitermachen, Robert. Wir würden uns freuen, wenn Sie hier sich zwei Minuten Zeit nehmen und vielleicht die Snack-Session quasi kurz bewerten, sodass wir uns stetig für Sie weiter verbessern können, dass wir uns da optimieren können und unseren Input für Sie einfach verbessern können. Genau. Die nächste Folie bitte. Ansonsten halten Sie sich gerne bei uns auf der Webseite auf dem Laufenden über die folgenden Events. Es ist so, dass wir dort alles online stellen. Wir kommunizieren aber auch über unsere Social-Media-Kanäle, alle Events. Als nächstes steht eine Snack-Session am 9. Dezember an, wo wir die Schulungsplattform Pegasus IQ nochmal vorstellen. Und auch von Microsoft zu den Security-Angeboten gibt es nochmal Sessions jetzt Ende November und am Anfang Dezember. Genau. Und dann die nächste Folie. Gerne. Und Sie können uns auf allen gängigen Social-Media-Kanälen folgen, sich dort auf dem Laufenden halten. Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal, wo wir auch immer wertvollen Content liefern, wo wir auch unsere Snack-Sessions veröffentlichen. Halten Sie sich über unseren Podcast-Kanal auf dem Laufenden. Erfahren Sie einfach alles, was es bei der Pegasus neu gibt. Alles, was es in der IT-Welt so Neues gibt, was wissenswert ist. Und genau, das wäre es von meiner Seite. Vielleicht hat ja jetzt noch jemand Fragen. Vielen Dank. Ja, wenn wir keine Fragen mehr haben, dann bedanke ich mich für Ihre Zeit und für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich bei der Nadine für die Vorbereitung von den ganzen Snack-Sessions und den Unterlagen. Und vor allen Dingen auch bei der Unterstützung von Daniel für den technischen Input von der Live-Demo. Wenn Sie Fragen dazu haben, schreiben Sie uns an. Sie haben unsere Kontaktdaten auf der Folie, die bekommen Sie im Anschluss. Oder sprechen Sie auch die Kollegen aus unserem Vertrieb an. Die Kontaktdaten dürften ja da entsprechend bekannt sein. Wir helfen Ihnen gerne, wenn es darum geht, den Weg in die Cloud, in die Digitalisierung, aber auf einer sicheren Ebene hinzubekommen. Herzlichen Dank und ich wünsche einen schönen Arbeitsfreitag noch und ein noch schöneres Wochenende. Danke auch von meiner Seite. Genau, von mir auch noch. Und an dem Punkt wäre auch noch zu erwähnen, falls Ihnen das Thema Open Nebula wirklich gut gefallen hat, wir können Ihnen dann natürlich auch gerne einen Demo-Zugang anbieten. Dann können Sie das Ganze sich selber mal überzeugen und vielleicht dann Ihre Server in Zukunft auslagern. Perfekt. Dann geben Sie von mir auch noch einen schönen Tag. Tschüss. 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 Tschüss.